Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Elex. Wir müssen jetzt zu Jura, die alte Saudi. Hoffentlich können wir da jetzt auch direkt hin und hoffentlich heißt es dann nicht hier so von wegen so Na, wir müssen jetzt abwarten, bis er sich mit dem einen Typen da trifft. Hallo Perle. Draußen steht er? Oder ist er in seiner Hütte? Ne, da ist er. Ornir handelt mit geklautem Schrott. Ornir verraten. Das können wir auch tun. Sollen wir mal fies sein? Ach, ich weiß nicht. Ich könnte diesen Ornir jetzt verraten. Was ich aber eigentlich gar nicht möchte. Wisst ihr was? Ich gebe denen jetzt die 300. Wegen des Outlaws. Ja? Das sollte für dein Risiko reichen. So wichtig ist es dir? Hm? Na gut. Ich werde den Handel wieder aufnehmen. Allerdings werde ich kein Wagnis eingehen. Sobald auch nur die Spur eines Verdachtes gegen mich besteht, werde ich alle Verbindungen kappen. Okay, ich werde wieder mit Bigby handeln. Was kannst du ihm sagen, wenn du möchtest? Ach, muss ich ihm das sagen? Echt? Hat sich gerade angeredet, wenn hier irgendetwas viel hergeflogen käme. Hier ist keiner, ne? Läuft das Ding? Irgendwie kapier ich das noch nicht so ganz. Vorsicht! Die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chad war hier und wollte sich zum Bruder der Kram anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschossen. Nein! 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 Er wüsste. Wenn die Berserke ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Scheiße! Muss ich... So zahlen wir den Wirt? Muss ich vielleicht, ähm... Wie heißt das? Muss ich... Ach nein! Jetzt muss ich das alles von vorne nochmal machen. Okay. Kann es sein, dass ich schleichen muss? Oder sollte ich lieber nur nachts... Aber wenn ich nachts klaue, ist ja auch scheiße, weil der Jura ja da drinne schläft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hast du wieder die Perle? Nein. Ich hab übrigens auch gelesen, dass man eine Romanze haben kann. Also da ist wohl so eine Perle bei den Berserkern. Mit der hat man später wohl auch eine Quest. Und die wird dann auch zu einer Gefährtin. Also man kann wohl zwei Frauen als Gefährtin haben und drei Männer. sind aber alle so questgebunden und so. Aber die Romanze findet halt nicht während des Games statt, sondern halt... Ich habe ein paar Kleriker... Nein, wir achten, dass... Ja. Ja, aber dann... Wenn man... Aber die Romanze beginnt halt erst nach dem Spiel. Also wenn man halt den... Moment. Wegen des... Das sollte... Na, alle... So, okay. Was? Äh, ja. Findet erst nach dem Hauptspiel statt. Weil... Ich will vielleicht den Spielstand speichern. Keine Ahnung warum. Irgendwie nach dem Epilog kann man wohl weiter zocken. Und dann kann man halt dann so eine Romanze mit der Perle halt anfangen. Wie genau das alles vonstatten geht, weiß ich nicht. Werde ich mal gucken. Vielleicht, ähm... Werde ich das machen. Ich weiß es natürlich. Ja, ich mach jetzt mal so. Sehen könnte mich jetzt rein theoretisch keiner. So. Jetzt muss ich irgendwie wieder hier runterkommen. Was macht er denn da? Muss man eben in dich klettern? Hallo, 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 hallo. Ah! Mensch. Läuft das Ding? Irgendwie kapier ich das noch nicht so ganz. Vorsicht. Die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chad war hier und wollte sich... Hier ist keiner. Okay, cool. Sollte ich dem Typen das sagen? Ja, ich könnte dem Typen das sagen. Aber muss ich wieder da runterfliegen, ey? Wo war das nochmal? Na egal, komm. Ach, da vorne. Hoffentlich ist der jetzt auch da und nicht nur nachts. Ja, da ist er noch. Da hast du ne Ahnung. Huch hat er, das war knapp. Guck mal, er kann auf der Kante stehen. Das ist Übung. Und wieder Latter. Ah, nein. Oh, scheiße. Könnte man denn eigentlich jetzt noch so durchgehen? Ah, Raketenbohnen. Hallo? Jetzt kann ich gar nicht immer mehr hingen. Das hat sich auf dem Wald gemacht. Wenn ich nachvollziehen will, was... Okay, ich finde die Audiologs der Bohnen. Ach, die sind ja überall auf der Welt verstreut. Und, äh... Yay. Ja, besser schon, Idan. Äh, Aufzug. Genau, Aufzug könnte man ja mal machen. Um... Setzling, Elix-Nachschub. Ja, das war's eigentlich schon. Der Setzling im Wald. Wo ist das denn? Das ist da... Boah, das ist da ganz hinten in der Ecke. Das ist doch bei dem... Ist das nicht das böse Land? Das ist das böse Land. Nee. Oh, nee. Da will ich nicht hin. Ähm. Ja, das ist... Genau, das war da. Aufbruch in ferne Länder. Krieg ich auch noch nicht richtig gebacken. Oh, die Insel ist am Arsch der Welt, gehe ich mal von aus. Ja, die ist da unten. Auch bei dem bösen Land. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt, ähm, Viecher gibt, so wegen dem Schwimmen. Das ist da vorne. Ja, da kann man ja eigentlich dann nur noch... Die ist ganz weit. Ja, die ist da oben. Nee, 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 nee. Was findet denn der Rachefeldzug statt? Da vorne und dort. Dann mache ich gleich wohl den Aufzug. Nein! Och, Mann! Das gibt's ja nicht, ey. Ich kam doch da vorhin schon... Vorher auch schon hoch. Ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. Da hoch, da hoch, da hoch. Super! Mal noch mal in die Taverne gucken, ob die sich jetzt getroffen haben. Nö. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Ist das so? Haben sich immer noch nicht getroffen. Ich laufe da jetzt hoch. Ich glaube, das ist genauso schnell wie das Fliegen. Schwert, 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 Schwert. Hier auf jeden Fall nicht. Doch da hinten, ne? Mal gucken, ob die was haben. Ah, weil das dauert ja zu lange, bis ich Geschicklichkeit auf 60 habe. Boah. Das dauert. Beim Waffenhändler? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Zeig mir deine Ware. Upsala. Schwefelbrocken. Ich verkaufe das mal. Drohnenkontrolle. Viermal Brause. Gesundheit. Oh. 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 Das lasse ich natürlich. Das brauche ich auch noch. Das brauche ich auch noch. Das brauche ich auch noch. Ja. 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 Meines Elexons. Fell. Feder. Kralle. Zähne. Knochen können weg. Metallschrott. Ich lasse ihn mal. Von der Öllampe brauche ich garantiert nicht fünf. Krugbecher, Löffel, goldener Kelch kann auch weg. Klopapier, Zigaretten. Boah. Dafür gibt es eine Menge Kohle. Energiequille für Plasmawaffen. Kann auch erstmal weg. Okay, das lasse ich erstmal so. Lass mal gucken, was wir hier haben. Wir haben hier ein Breitschwert, was ich noch nicht anfangen kann, weil ich dafür 36, 36 brauche. Wir haben ein Beil. Dafür brauche ich 33. Ja, das. Wir haben dann ein Breitschwert plus, Breitschwert eins, ne, plus eins. Dann haben wir ein normales Breitschwert. Das kann ich schon benutzen. Das bringt mir aber nicht mehr Schaden, als ich jetzt schon habe. Nur 10% plus Nahkampfwaffe. Zwinge, Eisenstange, Metallschwinge. Oh mein Gott. Kriegschwert. Ach, Kriegerschwert. 40. Boah. Setzerbogen. Suchender Pfeil. Fächerschutz. Äh, Fächerschuss. Ja, hm. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Also ich würde natürlich schon ganz gerne den Fächer, äh, den Setzerbogen kaufen. Ähm. Äh, Kriegerschwert. 25, 33, ja. Oh, was ist das? Krieg ich nicht richtig hin, ne? Die Zwinge hat einen mehr. Toll. Breitschwert. Das Breitschwert bringt mir nichts. Das ist genauso, als wenn ich jetzt, ähm... Wie heißt das, als wenn ich jetzt, äh, meine Dingens habe hier, wie, ach, wie heißt das? Meine rostige Axt, genau. Das Beil, zum Beispiel, gibt mir 8 mehr. Und dann extra dafür das Breitschwert kaufen, ich weiß nicht. Gut, es kann verbessert werden, ne? Rüstung hat er keine. Wo ist denn der Schmied? Der ist da oben. Vielleicht hat der ja was für mich. Ich brauche unbedingt etwas, was mehr Wumms hat, weil ich kann ja jetzt auch nicht, ich habe ja auch nicht genug Lernpunkte, aber ich habe hier, hier, guck mal da. Ich bin Stufe 7. Ich weiß aus dem Internet, dass man, wenn man das mit dieser Crony-Drohne machen möchte, mit dieser eingefährten, äh, Quester halt, äh, dass man dafür Level 16 braucht. Sollte man haben. Hm. Hm, da oben habe ich schon frei gemacht. Boah, ich kann jetzt diese blöde Anleitung nicht nehmen, ne? Weil es bringt mir ja auch nichts, äh, abends hier hinzugehen, weil hier sitzen sie ja auch alle. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. So, wir haben hier das Hornschwert. Gehen wir mal einfach so. Ah, 54, 54. Boah, 55, ja, Hornschwerts. Achso, mhm. Einen Schredder kriege ich auch noch nicht. Kriegerschwert, ja, das ist ja das Problem. Eisenhammer, mhm. Aber wenn, dann würde ich das Hornschwert nehmen. Hm, das könnte ich ja dann danach noch verbessern. Aber das ist alles zu hoch. Kriege ich nie im Leben hin. Hm. Ich kaufe das Hornschwert. Werkerrüstung, ja, da haben wir das ja. Die waren ja niedriger. Okay. So besondere Steine einsetzen und mit der entsprechenden Fähigkeit und dem wichtigen Rezept Waffen modifizieren. Tränke brauchen. Ach, brau, brauchen. Da steht wirklich brauchen. Brauen. Brauche. Brauen. Oder Schmuck herstellen. Hm. Hm. Achso, das ist das Abendding. Ja, ja. Hm. Schlangenbiss hat sogar schon Gift in sich. Wie geil. Anfertigen. Okay. Waffe steigern, Waffe modifizieren, Waffe ausschlachten. Ja, ich habe aber gerade alles verkauft. Mächtiger Energiespeicher. Tränke brauen. Heiltank. Anfertigen. Kleiner Heiltrank. Achso, dafür brauche ich kleiner Heiltrank und Chemie. Okay. Davon verstehe ich nichts. Ja. Glaube ich dir sofort. Dafür brauche ich Chemie. Dafür muss ich dann auch schon wieder zu einem Lehrer gehen, ey. Kann mir mal hier irgendeine Sau was beibringen. Ist ja schlimm. Er kann mir nichts beibringen. Ich wollte eben nochmal nach oben gehen. Da oben ist, glaube ich, auch ein Lehrer. Ist schon alles ein bisschen, ja. Also für mich zum Beispiel ist es ein bisschen kompliziert, weil ich liebe, äh, nehme ja eher so Spiele, wo schon alles so vorgefertigt ist, ne. Wo ich nicht wirklich... Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Du bist auf Angrimstest reingefallen. Das ist weniger gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest deinem Kleriker zur Flucht verholfen. Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Von der Aktion mit Erdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Du hast das Schwert von Erik Eisenfaust nicht in fremde Hände gegeben. Das war klug von dir. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Oh, bitte. Übertreiben aber auch ein bisschen. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jura wird sie unbrauchbar machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da, für dich. 100 Splitter. Ich möchte gerne mal ein bisschen höher steigen, wenn es geht. Ich brauche XP. So, du kannst mir das beibringen. Lass sofort. Peitsche raus. Bring mir was bei. Fernkampfwaffen. Yay. Oh mein Gott. Oh, das muss ich sofort nicht machen. Das muss ich sofort nicht machen. Schwere Waffen. Das heißt, erhöht den von dir ausgeteilten Schad mit schweren Waffen mit jeder Stufe. Was sind schwere Waffen? Angriffsstärke. Wow. Die Wucht anerstieg mit jeder Stufe. Definitiv. Paradestärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Habe ich das? Straucheln? Jetpack-Angriff. Den möchte ich gerne haben. Aber kann ich nicht machen. Maschinenkiller. Mutantenkiller. Jetpack. Granaten. Brauche ich nicht. Wuchtschlag. Kann ich nicht. Parade. Ähm. Na, komm. Okay. Was haben wir noch für einen Lehrer? Sowas hätte ich auch gerne. Ja. Ja. Da unten sind noch Lehrer. Alrik, Handwerkslehrer. Und sie ist ja der Persönlichkeitslehrer. Genau. Ähm. Ich glaube, ich gehe erstmal Persönlichkeit. Persönlichkeit. Du bist doch nur neidisch. Oh Gott, ich fall. Das war knapp. Ein Apfel. Voll der Apfelbaum hier. Gehen wir zum Persönlichkeitslehrer. Gucken wir, was sie uns da noch beibringen kann. Hm. Bring mir etwas bei. Natürlich. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht! Okay, kann ich alles nicht, dann gehen wir zu den Handwerks. Handwerken, haben wir nicht. Einmal da durch die Taverne. enkla? Wo war er? Mal durch die Taverne. Da ist er. Äh. Wie passiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Ich hätte an welches rankommen können. Das klingt nicht gut. Es ist jetzt allerdings in anderen Händen. Ach, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, da kann man da wohl nichts machen. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein. Ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Uh, Schlösser knacken. Mhm. Schlossexperte. Oh, Waffen aufrüsten. Aufrüsten. Ach so, aufrüsten. Richtig an den Bergbank. Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Goldschmied. Chemie. Hacking-Profi. D-d-d. Bergbau. Brauche ich nicht. Aber Waffen aufrüsten finde ich ziemlich gut. Besser als Schlösser knacken. So. Ich bin voll... Verdammte Technik. ...voll und ganz vorbereitet. Nächste Stufe kann ich noch nicht, ähm, machen. Äh. Hornschwert kann ich noch nicht benutzen, ne? Ne, ich brauche 28 Geschicklichkeit, um das zu machen. Äh. Rüstung geht momentan auch nicht. So, jetzt habe ich noch den Aufzug. Den ich machen muss. Ja, und dann muss ich rumreisen, ne? Dann muss ich reisen. Ich glaube, ich sollte mal, ähm, ein paar Sachen hier... Upsala. Essen könnte ich mal ein bisschen so brause, gesundheitswirken. Hm, Trockenfleisch. Oh, jetzt hat... Oh, nein! Oh, fuck, ey. So, ich wollte den Trank gar nicht trinken, ey. Ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Ich bin echt unbeholfen, was sowas angeht, ey. Okay, der kann weg. Joa. Gehen wir mal da hin. Dann müsste ich sowieso einen Cut machen. Und ich sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal.